Willkommen bei den 10 Uhr Nachrichten. Gerade ist die Meldung eingegangen, dass das Team Fireguards wieder eine Route beendet hat. Die Tour Wildon ist ohne Komplikationen über die Bühne gegangen. Als Stargast haben wir heute Teammitglied Sarah Meyer. Ich gebe weiter an Kollegin Kodulic. Grüß Gott erst mal. Grüß Gott Sarah Meyer. Ich habe einige Fragen an Sie. Also zuerst einmal, wie war das Wetter so? Das Wetter war aber sehr schön. Die Sonne hat gescheint, wir haben keinen Regenschirm gebraucht. Und wo hat es denn am Ende gefunden? Unter einer Zugbrücke. Und die Route war schön gelegt und so, schöne Straßen, alles zu gehen. Ja, wir sind um den See herum und es war wirklich schön. Also kann man sagen, ein erfolgreicher Tag in Meldung. Ja. Ich übergebe wieder an Jasmin Meyer. Das waren die 10 Uhr Nachrichten.